Hallo allerseits! Wir hoffen, dass euch diese Video-Tutorials zur Autoreparatur von Autodoc gefallen. Das sind die Werkzeuge, die ihr braucht. Alle Artikel sind in der Autodoc-App oder auf unserer Website erhältlich. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Autodoc-App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Verwenden Sie einen Drehmomentzug. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 1. Reinigen Sie die Drehmomentschlüssel. Utilisieren Sie ein Drehmomentschlüssel. 2. Entfernen Sie die Drehmomentschlüssel. 3. Reinigen Sie die Drehmomentschlüssel. 22. Reinigen Sie die Befestigung der Kasten der Kasten der Kasten des Stiften. 23. Drücken Sie die Befestigung der Befestigungsen und vermeiden Sie den Kasten der Kasten des Stiften. 24. Reinigen Sie die Kasten der Befestigungsen. 20. Schraube den Befestigungsschraut. Geht ihr die Drahtничnuss von phrase 2-15-3-2-1-7-10-10-1-10-1-10-1-10-1-20-1-10-1-1-10-1-9-0-4-5-4-5-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-6-5-6-6-5-5-6-5-7-1-10-1-2-1-10-1-1-4-5-6-6-6-7-9-0. 23. Schrauben Sie die Raden an die Befestigungsscheibe der Befestigungssche zijn. 24. Schrauben Sie die Rundfunk. Verge algo. 25. Schrauben Sie die Radnachdämpfer. Verwenden Sie remoter Befestigungsschein. 26. Schrauben Sie die Radnachdämpfer des Befestigungen an die Befestigungsscheibe aus. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Radnachdämpferung schon an die Befestigungsscheibe bewegen. 27. Schrauben Sie die Radnachdämpferung ab.